hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge MyGroundAvroKanal wie ihr seht habe ich ein neues Intro mir gemacht das habt ihr ja schon glaube ich gesehen um direkt vom Video aussehen also wir spielen jetzt mal wieder eine Runde Bad Wars und gut ähm 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 Meno, 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 Meno. So. Mann, nein. Also wir spielen jetzt heute mal auf der Map Frozen, Bad Wars. Bad Wars Frozen. Und es geht direkt dann los. Für unser Bett brauchen wir dieses Mal zwei Blöcker. Ähm, das haben wir auch schon direkt erreicht. Ähm, eins, zwei. Machen die Tür einfach mal zu. Keine Ahnung. Vielleicht bringt es ja kein was. Ich schätze mal nicht. Aber, äh, wer weiß, wer weiß. Ich hole auf jeden Fall schon mal das hier alles. Und dann, ähm, bauen wir uns schon direkt mal zum Gegner. Weil, ähm, ich weiß ja nicht, wie mein Gegner drauf ist. Ähm, so. Ich weiß ja nicht, ob das so ein Rush-Rat-Tipp ist. Weil allgemein Rush-Rat sind eigentlich... Ich mag Rushen einfach. Weil es einfach extrem viel Spaß bringt. Dich spawn-trappen wir jetzt einfach mal. Komm her. So, gut. Und dein Bett würde ich sagen, hä, wie... Ja, geil. Block weg, Buck. Mal gucken, ob wir es irgendwie verändern können. Zack. Mein Bett ist weg. Tschüss. Also, ähm, das erste Team haben wir auf jeden Fall schon mal. Äh, so, dann machen wir... Gehen wir mal direkt zum nächsten Team. Wir brauchen auf jeden Fall erst mal ein paar... Okay, Bett von dem Team Gelb ist auf jeden Fall weg. Nice, 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 dass der jetzt zu mir kommen möchte. Das gefällt mir nicht. Wie? Weil ich das gar nicht gut finde. So. So, dass wir mal schauen, ob man... Okay, nice, kommt da noch. Okay, gut, das... Da kommen wir für den Fall, Gott, keiner. Ähm, den kriegen wir... Oh mein Gott, Leute, wie schlecht! Warum bin ich jetzt runtergefallen? Ja, komm, danke. Okay, mein Bett ist weg. Und... Ja, dann würde ich sagen, wir machen mal kurz einen Cut und wir sehen uns direkt in der nächsten Runde wieder. So, und da sind wir auch schon wieder in der nächsten Runde. Bad Wars. Ähm, wir sind jetzt wieder auf der Map-Karavan. Ähm... Ähm... Äh... Nein, sehe ich nicht. Ähm, gut. Wir sind auf jeden Fall in der Map-Karavan. Glaub dich, ich weiß gar nicht, ihr... Weiß nicht, ob ich mich überschätzt habe. Gut, egal, ähm... Diesen... Auf dem Karavan, so was das war so. Ich sag's ja schon jetzt. Ich hab gar keine Ahnung, aber... Pff, keine Ahnung. Vielleicht wir auch nicht auf der Map-Karavan. Ähm... Korrigiert mich bitte in den Kommentaren. Ähm... So... Also... Ich hab glaube ich ein bisschen undeutschlich gesagt. Korrigiert mich bitte. Also nicht, 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 sondern... Ähm, mich bitte in den Kommentaren, falls ich bei der Möp falsch liege. So, 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 so. So ist der Punkt natürlich hoch. Ähm... Na, ist das der auch schon... Schon da lauert. Oh mein Gott! Als ob wir den noch gekriegt haben. Oh mein Gott, ich würd sagen... Dein. Bett ist dann mal weg. Okay, gut. Aber auf jeden Fall das Spiel verlassen. Hä? Hä? So. Hä? Haben wir schnell hier das Bett abgebaut. Einfach mal so ein bisschen... So. Ja. Was mich im Moment echt nervt, diese ganzen Leute, die die Runden einfach nur liefen. Es geht mir halt echt extrem auf den Keks. Und das ist einfach auch uncool, wenn man die ganze Zeit irgendwie, ähm... Runden lief, weil man... Jemand killt euch. Äh... Und... Ähm... nie gemacht und ich würde es auch noch nicht machen. Ähm... Genau so wenigstens wie ich hacken möchte. Also klar, ähm... Jeder eigentlich hat schon mal gehackt. Ich hab auch schon gehackt. Aber... Ähm... Ich hack nicht mehr, denn ich find das einfach nur langweilig und blöd, weil... Wenn schon, man muss schon Wiel spielen. Also... Ähm... Hacken macht mir keinen Spaß, weil ich es einfach nur asozial finde. Und... Ähm... Ja. Gut. Ähm... Gehackt hat eigentlich schon fast jeder. Außer der gleich. Ja. Gehackt hat auf jeden Fall fast jeder schon mal einmal in seinem... Leben. Also der... Die... Die Leute die Microspiele. Aber... Ähm... Sonst... Ich mein... Hacken nicht schlimm. Komm. Das kann man einmal machen. Das kann man ein paar... Vielleicht 2-3 Mal machen. Höchstens 2-3 Mal. 2-3 Mal ist okay, aber... Mehr auch nicht. Ähm... 2-3 Mal ist nämlich... Also das ist noch ein grünen Bereich so 2-3 Mal. Aber... Ähm... Wenn man es dann öfters macht und... die ganze Zeit eigentlich nur hackt und... gar nicht mehr Legend spielt, dann ist es schon... Ist es schon langweilig, weil... Ihr müsst euch denken, das ist ja nicht eure normale Spielkraft, die ihr normal hättet. Das ist einfach eine gecheatete Sache. Und... Ähm... cool. Äh... Auch guten Bad Wars. Das bedeutet also... Kein Problem. Ähm... Der eine kommt auf jeden Fall da schon. Oh mein Gott. Gerade noch so gerettet. 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 So... Warte mal. So... Zack. Hau mal ganz schnell ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ein Lacker. Okay, dann geh ich halt. Ist auch kein Problem. Ich kann auch gerne gehen. Oh mein Gott. Nein! Oh mein Gott. Shit, 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 shit. Ich muss mich schnell equipen. Ähm... Also... Sorry, dass ich gerade ein bisschen aufgeregt bin. Aber... Es ist echt... Gerade... Ein bisschen... Zu... Komm her. Komm her. Oh ja. Gut, der kommt. Zack. Ähm... Nehmen wir natürlich auch einen Knüppel. Ich mein, warum nicht? Komm her. Ja man, nice, dass der mich richtig easy killt. Ja man. Guckt euch das mal an, wie schnell der schlägt. Ich glaub, das war grad ein bisschen... Klickspeed. Das war ein bisschen was noch Klickspeed. 5 mal 2, 2 und 4. Jetzt hab ich natürlich verkehessen zu schneiden. Egal. Gut. Mh... Schneiden. Jetzt... Puh. Die Runde... Ich mein, das ist nicht schlimm. Mh... Ach, weil so mag ich halt mal so gar nicht. Aber... Warte mal. Ich muss mir noch kurz... Mh... 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 So... Da bin ich auch schon wieder... Ich wurde gerade gerufen. Keine Ahnung wieso. Ey, Mann. Ich muss gleich schon wieder los. Schön. mein mann 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 wie viel genau ist ein paar lotterie los auf soweit brauchst du nicht diese konz ich bin natürlich so wenn natürlich schwarz mein markenzeichen als team bett was vielleicht eine maus ein bisschen zu stark ich weiß nicht ich glaube dass man sie wirklich stark gehört da bin ich mir auf jeden fall nicht sicher aber ich hab schon auf jeden fall ist mein cpu öhne muss schauen kaum ausgelastet nein hör mal auf jetzt nicht zu nerven ohne witz geh weg was was soll das weg dieses schlagen manchmal sind gerade genau dieses hier das kommt von meinem maus bett es legt halt die sie dieses maus bett es nervt auch mich ein bisschen schon aber auch nicht so wirklich denn ich komme manchmal einfach auf dem maus werden und das stört mich halt genauso wie mich manchmal schneiden stört weil man pc einfach das nicht hin kriegt weil mein ja man pc ist ein bisschen langsam so auf das schneiden zumindest zu schneiden ist der pc halt echt nicht wirklich gut so und zack 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 und ab und zack und wir gehen ja zu er kommt noch okay gut er baut sich weg dann weil ich zu meinem gegner gehe ich zu meinem gegner also hochstecken geht eigentlich bei mir schon okay sagen wir es so weil so gut ist hochstecken bei mir auch nicht ich meine es gibt viel bessere immer noch hochstecken bin ich eh nicht so gut so oh mein gott wie schlecht ich habe einfach auch nicht auf meine blöcke geachtet habt ihr es gemerkt oh mein gott ich hatte einfach gar keine blöcke mehr gehabt man ja geil das war einfach mal weg weil das nicht aber wie ich aber wie ich aber um zählen hier die schule ich schieße hier herr und zack und zack und zack nennen wir uns auch ein kompletten mit für den Fall so und so ein bisschen an essen mit Deutschland pro mensch so viel ich glaube ich nehme an was so sechs stück zack und dann braucht man auch das hier das hier das hier und das hier das hier das hier das hier so ich bin ein bisschen lang so in den kuppen im kuppen nicht in den kuppen sondern im kuppen ein bisschen langsam aber naja gut ich kann im gomme eh nicht so gut einkaufen aber frau bin ich eh gebannt von daher ist es kann ich nichts machen fast extrem falsch anbekommen blau lebt sogar noch ich hoffe dass er nicht daheim ist unser freund war gut er ist daheim dann ist das der auf jeden fall hier easy sein so eklig eingebaut hat hast du so eklig an Bord hätte ich nie gedacht Ohne Witz was als ob du mir so viel Damage macht Damage schon deutlich richtig ist zack so wenn der jetzt schon wieder das Game lief ne ok macht er nicht das ist ein loyaler Spieler solche Spiele mag ich auch gerne aber warum hat er noch keinen Weg zum Mitte fertig gebaut man kann ja man hat angefangen sowas so so konzentrieren fast Mann das ist ein Thema ich musste mich konzentrieren fast britschen ey ey warum habe ich jetzt schon wieder so viele Stacks machen wir machen das mal auf die 1 dann machen wir das hier auf die 2 mein Handy bimmelt wenn wir das hier auf die 3 das hier auf die 4 das hier ist die 5 dann machen wir das auf die 1 2 und 3 dann machen wir zack 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 Prozent nur immer die Hälfte Tim Roth lebt sogar noch okay nice dass mein Nachbar sogar noch lebt Hello Neighbor das ist eine Anspielung auf dem Spiel egal Oh mein Gott wie ich einfach Fast Bridge Oh mein Gott Man fast böschen geht es aber eigentlich im Moment weil fast böschen Moment ist fast böschen einfach somit die einzigste Taktik die ja ja gut die einzigste Taktik ist nicht mal falsch gesagt weil dieses äh brisli so und also das hier warte ich zeig euch jetzt mal na gibt es viel zu zeigen dieses seitliche brisli ist kann ich überhaupt nicht also ich bin eher so der Fan von oder von dem brisli von dem hier seit ein bisschen langsamer aber ich kann es ja jetzt schon ein bisschen so das ist ja Hacker Bridge wir schauen jetzt einfach mal wir haben auf jeden Fall die Chance das Bett zu holen wir haben nicht nur die Chance wir haben es sogar perfekt so gut das Bett von Timo Rot ist weg ähm ich stelle mir einfach mal das ganze Zeug hier ich meine Leute der kommt jetzt nicht wirklich oder als ob der einfach kommt ich hasse solche Leute so komm her zwei und drei was was macht der alter das ist ja mal extrem nervig was er treibt oh mein Gott nice ich bin auf jeden Fall aber auf jeden Fall ist der voller Rüstung nice ich bin ich tue einfach so da als ob ich ihn nicht sehen würde Tiltes Hochstecken ist auch nice Hochstecken im No-Shift alter aber hier das hier sehn jetzt extrem gut sogar was was wir haben gewonnen wir haben gewonnen wir haben gewonnen nice wir haben die Runde einfach noch gewonnen also bis dahin wünsche ich noch einen schönen Tag bis dahin auch noch einen und tschüss 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 tschüss